Hallo zusammen, ich bin Michelle und mache im ersten Lehrjahr als Fachfrau Hauswirtschaft die Lehre im Abisberg. Heute möchte ich euch gerne einen Einblick in meinen Beruf zeigen. Kommen doch mal mit. Als Fachfrau Hauswirtschaft lerne ich vieles über gesunde Ernährung sowie einfache Gerichte zuzubereiten. Damit das Essen auch schön aussieht, darf ich meinen fantasienfreien Lauf lassen. Für die Anlässe decken wir den Tisch und dekorieren den Saal. Bei uns im Beruf ist es sehr wichtig, dass man den Kontakt zu anderen Menschen gerne hat. In der Wäscherei lerne ich, wie ich die Wäschrichtung nach Farbe und Temperatur sortiere und wasche. Ich schaue, dass unsere Mitarbeiter immer saubere Wäsche haben. In der Reinigung bin ich für Zauberkeit und Ordnung zuständig. Unter anderem reinige ich Bewohnerzimmer, Büros und Pausenräume. Dazu gehört auch, dass man anpacken kann. Zu den Aufgaben einer Fachfrau Hauswirtschaft gehören aber auch einen Anlass zu planen oder einen Ausflug für die Mitarbeiter. Ausserdem gestaltet man auch Arbeitspläne. Ich liebe es, dass mein Beruf sehr vielseitig ist. Als Zusammenschafter mit meinem Team macht mir sehr Spass. Das Besondere im Abisberg ist, dass sie einen sehr unterstützt beim Lehrstellen suchen, wie aber auch den Weg in ihren Arbeitsmarkt. Ich hoffe, ich habe euch das Interesse wecken können. Wenn das so ist, dann kommt doch vorbei im Abisberg und macht eine Schnuppenlehre in der Hauswirtschaft.